Hallihalle zu einem neuen Video über Einfacher und Schnellkochen. Heute machen wir Jobs Sui. Dazu benötigen wir Puttenfleisch, Bambussprossen, Porree oder Lauch, zwei Möhren, Paprikaschoten oder ein anderes Gemüse, Sojasauce, Wasser, Salz, Zucker und Speisestärke, außerdem Sesamöl, etwas Pfeffer und das war's auch schon. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Zuerst kümmern wir uns um die Marinade für das Fleisch. Dazu vermengen wir Sojasauce mit Wasser und fügen Zucker, Salz und etwas Speisestärke hinzu. Die Zutaten verrühren wir anschließend mit einem Rührblitz. Das Fleisch wird in Streifen geschnitten und anschließend in der Soße mariniert. Dort wird es dann so lange belassen, bis es in der Pfanne angebraten wird. Danach kann man sich um das Gemüse kümmern. Zuerst beschäftige ich mich hier mit dem Lauch, den ich in Ringe schneide. Die Paprika und die Karotten werden in kleine Stückchen geschnitten und die Pilze aus der Dose habe ich in einem Sieb abtropfen lassen. Für die Soße vermengen wir erneut Sojasauce und Wasser. Dann fügen wir Zucker, Salz und etwas Pfeffer hinzu. Sowie Sesamöl und wieder Speisestärke. Auch diese wird wieder mit dem Rührblitz verrührt und dann beiseite gestellt. Als nächstes wird in einen Wok etwas Öl gegeben und das marinierte Fleisch angebraten. Wenn dieses durchgebraten ist, wird es aus der Pfanne genommen und das Gemüse kann hinzugefügt werden. Wir beginnen dabei mit den Karotten, weil diese am längsten brauchen. Wenn ihr dabei den Deckel auf den Wok macht, geht es umso schneller. Nach ca. 3-4 Minuten können die Paprikastückchen hinzugefügt werden. Auch diese rühren wir erst etwas runter und geben dann wieder den Deckel drauf, dass Sie ein bisschen Dampf garen können. Zum Schluss folgt das restliche Gemüse. In meinem Fall sind das jetzt Bambussprossen, Champignons und Lauch. Das Gemüse vermengen wir dann nochmal gut miteinander und lassen es dann wieder unter den Deckeln nochmal ca. 5 Minuten schmoren. Ist die Wartezeit vorbei, kann das Fleisch untergehoben werden. Dann wird die Soße hinzugefügt und das Gemüse mit dem Fleisch nochmal vermengt. Und dann schmort das Gericht nochmal ca. 3-4 Minuten unter dem Wokdeckel. Wir haben das Jopsui ganz klassisch mit Reis serviert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch Vorbeti viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss! 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 Tschüss!